Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und unserem Durchgang Timo Heinrich und das Königreich Bayern. Mittlerweile das Königreich Bayern. Wir sind aktuell im Krieg mit Ostfranken um die Grafschaft Würzburg war das hier oben genau. Und es sieht sehr gut aus für uns. Wir haben 52% Kriegsstand. Wir verfolgen aktuell, nee wir laufen zurück nach Würzburg. Ach, da war ja noch eine zweite Burg hier drin. Und werden jetzt hier diesen Krieg zu Ende bringen. Sei gegrüßt mein bescheidener Vassal. Ich möchte euch als treu und ergeben erwiesen. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen. Ratsmarschall. Wir waren ja bei deinem Vorgänger, waren wir eigentlich Ratsverwalter. Das wäre mir ehrlicherweise lieber, weil man mehr Geld bekommt. Und Marschall ist immer so ein bisschen gefährlicher Posten. Die Frage ist, kann ich mich noch ganz kurz dazwischen quetschen? Wir haben ja unsere Vassalenbande geändert auf die Zwangsteilung hier. Und wir haben dafür die garantierten Ratsrechte. Das heißt, wenn ich dir jetzt zuvorkommen würde. Was? Achso, Regent. Nee, Quatsch. Wir wollen nicht gleich übertreiben. Wir wollen nicht Regent werden. Wir wollen nur... Nee, was ist denn los? Wieso kann ich denn heute nicht zielen? Wir wollen nur... Wo ist es denn? Einen Ratspostenverlangen hier. Genau, wir können uns ja reindrücken, wo wir lustig sind quasi. Kein Ziel ausgewählt. Oh, wir können uns nicht reindrücken, weil hier schon einer ist. What? Nein. Ratspostenverlangen... Was? Ich kann jeden Ratsposten verlangen, außer den Ratsverwalter? Was ist denn da los? Ich werde mal ganz kurz ablehnen hier. Vielleicht hat das damit was zu tun. Und wir probieren das nochmal. Wieso kann ich hier nicht als... Ach, vielleicht hat sich der auch reingedrückt. Vielleicht hat sich Herzog Dietrich, der Zweite von Oberlothringen, der Schlingel, auch diesen Posten gesichert. Über ein Druckmittel. Weil wir können den Ratskanzler machen, den Marschall. Wir können den Ratsverwalter nicht machen. Und den Spitzel. Die Frage ist jetzt natürlich... Ich meine, wir sind für keinen der verfügbaren Posten so richtig geeignet. Ratsmarschall wäre wahrscheinlich noch am besten. Aber ich habe ehrlicherweise keinen Bock. Wir gucken mal ganz kurz, welche Vorteile wir bekommen für Ratskanzler. Prestige. Meinung anderer Vasallen. Das wäre vielleicht... Also Meinung anderer Vasallen wäre noch ganz gut für die Wahl dann hinterher. Aber ich gehe davon aus, wenn wir dann Kurfürst sind, dass wir so groß sind, dass wir uns quasi selber wählen können. Hoffentlich. Dass wir so viele Punkte bekommen. Dann Ratsmarschall, Kampfgeschick, Armee, Goldunterhalt. Das ist halt schon ganz gut. Aufgebotsgröße 20% mehr. Das wären bei uns, wenn ich das grob überschlage, 900 Leute mehr, die wir hier haben. 900 Leute. Moment mal eben. 4.500... Ne, Moment. Wir haben ja Aufgebote. Aufgebote sind bei uns 2.400. Das heißt, es wären knapp 500 mehr. Was auch nicht schlecht ist, aber 500 ist... Ne, nicht, dass wir irgendwie an die Front geschickt werden. Das will ja niemand hier. Und Ratsspitzel. Natürlich erschrecken, Komplottstärke. Ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt irgendwie dann intrigieren hier oben beim Kaiser. Ah, schwierig, schwierig. Also entweder Ratskanzler oder Ratsmarschall. Ich glaube, wir machen doch Ratsmarschall hier. Ich glaube, wir machen das doch. Das heißt, wir hätten eigentlich annehmen können, aber hey, wir mussten ja zuerst mal prüfen. Und... Dann sparen wir uns ein bisschen Gold. Wir bekommen ein bisschen mehr Truppen für die Eroberung. Ja, dann machen wir das so. Jetzt ist die Frage, ob er dadurch jetzt saurer ist. Nö. Interessiert ihn gar nicht, dass wir uns jetzt hier reindrücken. Was vollkommen okay ist hier. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wieso? Moment mal, Leben. Ich merke gerade was. Meine ganze Planung... ...mit Prinz Thibaut. Ah, Moment mal. Wir bekommen die Ansprüche erst, wenn die Mama stirbt. Unser Plan war ja, dass wir uns hier mit der Königin, mit der Gertrude vermählen, damit wir die Ansprüche bekommen auf das Heilige Römische Reich. Und dadurch unser Sohn zukünftig eine höhere Chance hat, gewählt zu werden. Wenn es der Papa jetzt nicht schon schafft, Kurfürst zu werden und gewählt zu werden. Und jetzt hat er die aber noch nicht. Das heißt, die bekommt er erst, wenn die Mama stirbt. Aber die Mama wird hoffentlich noch ein langes Leben haben und uns viele Kinder gebären. So möge der Spielleiter das sehen. So, wir können unserem neuen Kaiser huldigen. Wir gehen mal vor. Unterwerfung zeigen, gefallen, versprechen. Wir machen gar nichts hier. Wir werden auch kein Geldgeschenk jetzt, Goldgeschenk überbringen. Ach Gott, und wir müssen auch noch hochlaufen. Ja gut, wir laufen mal kurz hoch während des Krieges. Jetzt habe ich auch noch einen Söldnerhauptmann angeworben. Hätten wir gar nicht gebraucht, wahrscheinlich, weil hier alles piecey piece ist. Wir gehen ja am Kriegsgebiet vorbei. Ach, na gut, na gut. Ein neuer Anfang. Wir haben alles gepackt. Jawohl, auf geht's. Eine neue Reise steht an. Unser Weg führt uns durch die tückische Region von Paiting. Während ich nach Gefahren Ausschau halte, erregt ein raschelndes Gebüsch. Meine Aufmerksamkeit, könnte das ein wildes Tier sein? Als ich mich auf den Aufprall vorbereite, springt stattdessen Maslav aus dem Busch und hält eine Pflanze in der Hand. Oh, ihr habt mich aber erschreckt, lieber Maschaf. Wie dem auch sei, lasst mich einmal sehen, was ihr da habt. Eine Art Frucht. Ja, sie sieht so lecker aus und riecht auch so. Ich frage mich, wie sie schmeckt. Vielleicht probiere ich einen kleinen Bissen. Du bist aber ganz schön wagemutig hier, Hauptmann Maslav von der Kompanie der grausamen Hand. Ist das unser Söldner, den wir angeworben haben? So, haltet ein, was wenn sie giftig ist. Ein Ausschlag erscheint an der Stelle an der Haut mit der Pflanze in die Berührung. Kam fünf Jahre lang Ausschlag. Aber er probiert die doch nicht, wir, ne? Ach, wir nehmen die Pflanze und werfen sie weg. Ah, okay. Winziger Malus, Gesundheit. Er erhält auch einen Malus. Oder 100 Bildungslebenswandel. Oder lasst Maslav sie essen. Krankheit durch unbekannte Pflanze. Ja, da stehen jetzt mehr Chancen für uns, ehrlicherweise. 100 Bildungslebenswandel. Oder? Achso, nee, das ist für Hauptmann Maslav. Seligkeit durch unbekannte Pflanze. Ja, wir lassen ihn da jetzt mal essen. Er ist jetzt niemand, den wir jetzt hier näher kennen. Der kann ja tun, was er will jetzt hier. So, er hat garstige Magenschmerzen bekommen. Na, so ein Pech aber auch hier. Wo sieht man die hier? Sehr schön. Also, nicht schön, aber naja. So, Vorzüge. Wir können wählen. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich den gelehrten Pfad wählen wollte. Theoretisch. Wo war das denn hier? Theoretisch haben wir das mit den Sprachen. Hier, Spracherwerberfolgschance ist ja schon durch. Aber da wir schon in diesem Pfad jetzt drin sind. Ich habe den gelehrten Pfad wahrscheinlich in der Crusader Kings 3 Karriere, die ich bisher habe. In der unglaublich erfolgreichen. Ich glaube, ich habe den vielleicht irgendwie zweimal gewählt. Ich glaube, Bekehrungskosten, Bildung pro Hingabestufe. Das ist aber schon cool. 20% der Hauptwerte von Ratsmitgliedern werden zu den Euren addiert. Das können gut und gern mal irgendwie so 2, 3 Punkte sein. Anspruch kaufen. Ja, komm, wir gehen mal hier runter. Das ist die Hingabestufe. Ach so, oben die Frömmigkeit. Wir haben aktuell eine Bildung von 23. Jetzt machen wir mal gelehrte Kreise. Ach, 27, Leute. Wir sind ganz schön schlau. Ein ganz schön schlaues Kerlchen. Und wieso kann hier vorne nicht belagert werden? Ist hier oben die Burg. Da ist die Burg. Das ist ein ganz seltsames Ding hier. Zwei Burgen und eine Stadt ist hier drin. So, in Innsbruck angekommen, um zu huldigen. Ja, jetzt ist aber der König leider nicht da, weil der aktuell dem Kaiser huldigt, liebe Herzogin Bertha. Aber, na gut, führt sie rein. 70 Gold sind 70 Gold. Dankeschön. Und damit kann es ja auch wieder gehen. Ah, mittlerweile Hofprachtstufe 6 schon. Also das ist schon ganz ordentlich hier. Da kann man nicht meckern. Guckt euch das an. Standardmäßig schon über 5. Das ist jetzt nicht schlecht, obwohl wir nur ein Upgrade haben mit der Dienerschaft hier. Wir könnten einen Gelehrtenhof machen. Aber der hat halt so, also ne, Lebenswandelerfahrung wäre schon ganz gut. Aber erst ab Stufe 6. Aber es ist, also wenn er das mal vergleicht mit dem Verwaltungshof, wo du halt auch Gebäude, Zeit und Kosten sparst. Das ist halt echt, ne, ein bisschen zu wenig dann. So, die Sprache, die bleibt. Wir verprügeln die hier oben noch. Werte ich meine Reise durch hohen Lohenfortsätze, komme ich an einem sonderbar aussehenden Zelt vorbei. Der Eingang ist hochgeklappt und ein noch sonderbarer aussehender Bewohner im Inneren. Er will uns der wieder, genau, er will uns wieder die Zukunft wahrsagen. Dieser Frevler sagt mir die Zukunft voraus. 50-50 Chance. Nicht interessiert, weil wir religiöser Eiferer sind. Oder verschließt das Zelt und lasst die Hexe brennen, weil wir sadistisch sind. Der Baldur von Eppstein wird getötet. Oh, ein großherziger Eiferer. Das tut mir ja sehr leid. Er ist allerdings schon 78 Jahre alt, wenn man das so sagen darf. 10 Schrecken, wir verlieren Anspannung. Ah, das wäre gar nicht schlecht. Wir haben 45 Anspannungen, wir verlieren 46. Ja, komm. So. Ah, wir sind angekommen beim Kaiser Emrich. Kaisers, Moment mal eben, Kaisers, kann ich da mal rauszoomen? Kann ich mir das mal kurz anschauen hier? Ich wollte gerade sagen, guckt euch mal an, der Kaiser hat genauso ein dickes, fettes Bärenfell. Ich dachte, wir sind in unserem eigenen Thronraum. Stattdessen ist das hier der Kaisertronraum, der jetzt ehrlicherweise gar nicht so prunkvoll aussieht. Er hat Stufe 7 mittlerweile. Stufe 9, aber standardmäßig Stufe 7 dann. Aber das sieht jetzt ehrlicherweise nicht ganz so prächtig aus, wie ich mir das ausgemalt habe. Na gut, heil sei euch, lieber Kaiser. Und wir drehen gleich wieder oben 180 Grad und ziehen uns zurück. Dann hier vorne, die Belagerung dauert noch zwei Monate. Ein imposanter Mensch steht auf der Straße. Der Adam von Kreilsheim. Und er möchte sich duellieren. Das kannst du aber gleich vergessen. Also zumindest nicht mit mir. Euer ganzes Gefolge trampelt Adam nieder. Der Reiseplan wird fortgesetzt. Gar nicht aufgepasst. Können wir dich nicht rekrutieren, wenn du... Oh, ein Pionier. Ach, ein Pionier. Keuscher, tapferer, sadistischer Bruder. 99% Hauptmann Maslav. Er hält die Eigenschaft verbunden. Die Chancen stehen. Ich würde mal sagen, ich meine, es besteht eine Chance. Aber sie sind jetzt auch nicht ganz gut. Ich würde ihn halt gerne rekrutieren hier. 15, wenn wir kämpfen. 15% dass er sich unserem Hof anschließt. Ja, also die Chancen stehen schlecht. Wir werden ihn jetzt nicht niedertrampeln oder so. Das stimmt hier nicht, was hier steht. Wir reiten einfach an ihm vorbei. Nein, nein, nicht versehentlich niedergetrampelt. Nein, nein, alles gut. Gut, alles gut. So, jetzt hört auf und hört auf, mich zu belästigen, während wir hier deine Grafschaft belagern. Wie nervig kann man denn sein? So, ach, immer noch nicht durch. 89. Echt jetzt? Eieiei, na gut, dann verpügelen wir euch hier vorne noch. Das heißt, wir müssen noch eins belagern. Ach Gott, drei hier. Wir haben hier Burgstärke 3. Ja, ist egal. Wir können nach Bamberg. Ich wollte schon immer mal nach Bamberg und mich dort umschauen. So, ein neuer Ratsmarschal wird benötigt. 13, 19 der Reinhard. Der Reinhard ist so eine Granate. Guckt euch das an. Hier, 23 Diplomatie, 19 Kriegsführung, 23 Verwaltungspunkte. Also, der ist ja schon, der ist echt Hammer, ne? Der ist richtig Hammer. Also, Ulrich hat 15, so richtig einen guten haben wir hier nicht mit dabei. Na gut, dann kannst du jetzt in der Zwischenzeit. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch ein bisschen Kontrolle fördern müssen bei uns. Schauen wir mal unsere eigenen Domänen an, Innsbruck. Ich habe nur zwei Domänen, ne? Geisenhausen und Innsbruck. Das ist schon echt enttäuschend. Na gut, wir haben jetzt auch noch nicht viel Krieg geführt. Aber trotzdem leicht enttäuschend. Wir schauen mal, wie es aussieht hier in Innsbruck. Also, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sparen uns die Kontrolle erstmal. Und wir widmen uns entweder der Ausbildung der Befehlshaber oder der Leibgarde. Dritte Effektivität wird überall erhöht. Erhöht um 1% pro Monat bis zu 30. Hier unten um 1% bis zu 15. Und dafür Chance, jeden Monat einen neuen Befehlshaber oder Ritter zu verbessern. Ist hier unten noch mit dabei. Und hier feindselige Komplotte. Wir machen mal das hier oben. Komm, wir machen mal die Leibgarde. Aber der wird ja nicht lange hier drin bleiben. Vor allem, wenn wir vielleicht jetzt dann doch mal gegen Angria dann losziehen. Die Frage ist nur, ob wir das überhaupt machen. Ich schlafe mal kurz vor meinem Kaffee. Weil ich mir jedes Mal einen Kaffee mache. Wenn ich eine Aufnahme starte. Also nicht jede Folge, aber so eine Aufnahme-Session starte. Und jedes Mal wird mir der Kaffee kalt. Weil ich nicht daran denke, den Kaffee zu trinken. So, Hofbracht hat sich wieder verringert. Oh, wir haben die Sprache schon gelernt. Das ging ja flott. Wir haben vulgär-dokisch gelernt. Aha, aha, sehr schön. Ich fühle mich vollendet. Wir müssen jetzt keine Freundschaft mit ihm schlafen, äh schlagen. Also. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich in die nächste Sprache. Wenn wir schon dabei sind. Ich will einen neuen Rekord aufstellen mit gelernten Sprachen. So, Nordisch. Nordisch haben wir noch nicht, ne? Nö. Ah, wir kommen, wir gehen zu den edlen Wikingern. Wir lernen von König Gregor Edmundson, der selber noch gar nicht richtig sprechen kann. Wobei, mit drei Jahren, ne? Wobei, ich glaube, mit drei Jahren. Ich habe ja selber keine Kinder. Aber ich glaube, mit drei Jahren kann man sich schon artikulieren. Und wenn es nur schreiend ist. Also, das hilft leider nicht. Sprachkomplott geht nicht. Da müsste man mal gucken. Kann ich hier nicht einfach irgendjemanden auswählen? Das Prinzip, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Das Prinzip, eine Sprache zu lernen. Zum Beispiel von dir. Wo sehe ich deine Sprache? Spracherwerb. Nordisch. Das Prinzip, eine Sprache von irgendjemandem zu erwerben. Das verstehe ich noch nicht. Dass ich quasi von jedem die Sprache erlernen kann. Und Also, ich habe auch annähernd überall immer die 95 Prozent. Das klappt nicht immer, dieser Spracherwerb. Aber, dass ich einfach prinzipiell jeden nutzen kann, um eine Sprache zu lernen. Das ist echt irgendwie seltsam noch. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Wie man sich das vorstellen muss. Also, rollenspielmäßig. So, Leute können heiraten. Prinz Alain von Valencia und unsere Schwester. Ja, ja, ihr könnt schon heiraten. Wieso muss ich denn da den Vorschlag abschicken jetzt? Engeltrude von Bayern. Ach, war da nicht irgendwas mit... Moment mal, bist du nicht irgendwie Erbe? Prinz Alain von Valencia. Wir schauen mal kurz, bevor wir hier unseren Krieg abschließen, weil wir beim letzten Mal da was gemacht haben. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Bündnisse rein. Wir haben hier dieses Bündnis mit Polen. Dieses Bündnis mit Polen basiert auf Prinz Boleslav. Und das war eigentlich der Erbe. Und jetzt ist es offenbar nicht mehr der Erbe. Sehe ich das richtig? Das heißt, es war eigentlich gedacht, dass wir das dann behalten. Er war der Haupterbe. Komischerweise ist jetzt der Zilibrat der Erbe von Polen. Was echt doof ist. Erbteilung. Aber das muss vorher schon so gewesen sein, dass da schon ein Kind da war, das älter war. Ich kann euch leider nicht mehr sagen. Da müsste ich nochmal die alten Folgen mir angucken. Und hier bei Valencia. Valencia ist ja so ein komisches Nebenbei-Produkt. Das ist schon seltsam. Ach komm, was brauchen wir für Bündete, wenn wir unsere eigene starke Hand haben? Na logisch, Vorschlag abschicken. Macht, was ihr wollt. Wir holen uns einfach mit unseren zehn Kindern, die wir jetzt dann bekommen, neue Bündnispartner. So einfach sieht es dann aus. So, neue Inspiration hier. Alchemie-Inspiration. Ich glaube, die hatte ich bisher noch nicht. Sie will ein Heilmittel gegen alle Krankheiten erschaffen. Oh, das ist interessant. Da würde ich jetzt sagen, jetzt 61 ist ja geschenkt. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, ob sie mir einen schönen Traubensaft fabriziert, der mich 100 Jahre alt werden lassen lässt. So, wir sind erstmal hier durch. Einmal wieder die Grafschaft überschreiben. Dankeschön. Und das heißt, wir sind jetzt noch eine Grafschaft entfernt von der Übernahme des Herzogtums Ostfranken. Und wir können ja mal gucken, ob wir... Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken jetzt nochmal rein beim Kaiser. Der hier Nachbar von uns ist, sehe ich gerade hier oben. Der Baronie von Gelnhausen sitzt da. Wir gucken mal ganz kurz rein. Welche Alternativen neben Anglia und Ostfranken noch bestehen. Also wir haben Böhmen. Böhmen ist unfassbar stark. Das ist keine Option. Ostfranken kennen wir schon. Nordmark. Nordmark. Nordmark ist ganz hier oben. Vielleicht könnte man relativ problemlos Nordmark hier oben einnehmen. Ach, das gehört zu Ostfalen. Das heißt, da wird sich dann Anglia anschließen. Der hat hier... Westfalen hat auch... Ach, das ist aber hier so ein Dreierverbund hier oben. Die haben sich alle drei immer ganz schön lieb und verteidigen sich gegenseitig. Das ist ja enttäuschend. Also für mich jetzt. Dann Anglia Köln. Die Grafschaft von Köln alleine reicht, um Kurfürst zu werden. Das ist ja mal was. Kann ich denn hier... Köln ist hier nicht drin. Jülich ist hier irgendwo... Ach, jetzt ist hier genau... Er hat Herzogtum hier oben. Er hat Herzogtum hier in der Mitte. Und er hat Herzogtum hier unten in Anspruch. Aber nein. Er hat nicht Köln. Ich weiß auch nicht, ob ich als Kurfürst das dann selbst halten muss. Es könnte direkt durchaus sein, dass ich das selbst halten muss. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Also wenn wir jetzt hier quasi im Namen unseres Grafen Hanses Köln erobern könnten, ob wir dann trotzdem Kurfürst sind, einfach weil es in unserem Reich ist. Das könnt ihr mir mal schreiben. So, jetzt schauen wir nochmal rein. Köln, Mainz und Trier. Vielleicht geht ja eins relativ entspannt hier oben, Mainz. Ja, hier in Anspruch zu bekommen, ist wahrscheinlich mega schwer. Da kann man auch nicht Krieg erklären. Und was war das andere noch? Ich glaube, Trier, oder? Trier hier drüben in Oberlothringen. Ah, die haben alle schon... Die sind alle sehr stark, muss man schon sagen. Da habe ich auch keinen Kriegsgrund. Das heißt, wir warten jetzt immer noch. Habe ich Nürnberg schon in Anspruch? Moment mal eben. Weil hier mein Bischof nicht drin ist. Wir haben schon einen Anspruch auf Nürnberg. Und ja, wir hätten auf Anglia einen Anspruch. Aber die sind wahrscheinlich einfach noch zu stark. Guck dir mal an, wie wir uns hier hochschlängeln würden. Das wäre schon richtig gut. Jetzt hier mit Polen an der Seite wären wir ganz ausgeglichen. Aber die Steuerung mit unseren Verbündeten macht das alles wahrscheinlich nicht unbedingt einfach. Wir müssten Polen einladen. Wir müssten Alikante einladen. Wobei die gar nicht... Die wären gar nicht so nützlich. Das heißt, wir wären in etwa gleich stark. Er hätte zwar kein Geld, aber das wäre trotzdem... Das wäre ein harter Kampf. Aber ich bin echt am überlegen, ob wir nicht irgendwie so eine schnelle Aktion machen. Er selber hat 3400. Also da könnte man schon was machen. Das heißt, wenn wir irgendwie ihn versuchen, hier unten rein zu... Das Problem ist halt, dass die halt so nahe sind. Der muss nur hier oben sein. Bündnispartner muss nur rauskommen und hier runterlaufen. Und dann tun sich die beiden zusammen. Dann ist er hier mit 3400 drin. Und hier oben hat er 2400. Und dann stink ich schon ab. Weil bis mein Verbündeter hier rüberläuft, ist schon alles vorbei. Ich glaube, dass wir das nicht machen können. Also entweder wir warten, bis der jetzt hier das Zeitliche segnet. Er ist 56 Jahre alt. Oder wir gehen einfach Richtung... Richtung Ostfalen war das, oder? Nee. Ostfranken. Das wäre so gut. Angria wäre so gut. Ich bin echt am Hanern. Ich weiß, die Folge ist jetzt schon vorbei. Aber lass mir noch kurz eine Minute Zeit, um zu überlegen, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und dann wird das vielleicht ein kleiner Cliffhanger für euch. Wir bräuchten irgendeine gute Taktik, um jetzt hier die drei auseinanderzuhalten. Hier oben drei, fünf. Das Problem ist, selbst mit Söldner komme ich zwei nicht bei. Ich schweige denn allen dreien. Müsste man wieder die Taktik anwählen, dass man sagt, wenn die unterschiedlich laufen, dass man dann eine Einheit erstmal abfängt und verprügelt, bis die andere dann umdreht und wieder zurückkommt. Oh, das ist... Man muss auch mal realistisch sein, ne? Also Crusader Kings 3 hat jetzt kein anspruchsvolles Kriegssystem. Aber wenn die Nummern einfach so sind, wie sie aktuell sind... Ich werde mir das mal überlegen. Bevor ich jetzt noch hier länger herum denke, werde ich mir das mal überlegen. Und in der nächsten Folge werdet ihr die Entscheidung des Königs hören, ob wir nach Angria gehen oder nicht. Theoretisch könnte man... Theoretisch könnte man dich ja nochmal auflösen. Und hier unten bei Armee organisieren, reinpacken. Aber das würde auch nur die Aufgebot-Verstärkungsrate erhöhen. Und die Garnisonsgröße, aber nicht unsere Aufgebote selbst. Ei, ei, ei. Derzeit 3% Ritter... Wenn wir auf 30% Ritter-Effektivität kommen würden, dann hätte man natürlich auch schon einen ganz schönen Vorteil, 30%. Ich überlege mir das mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann überlegen wir mal zusammen eine ganze Folge lang, ob wir Angria angreifen oder nicht.